Kapitel 1, Übung A2. Hören und wiederholen Sie. Wie heißen Sie? Ich heiße Franziska Binder. Mein Name ist Peter Heinemann. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Franziska. Mein Vorname ist Peter. Wie ist Ihr Familienname? Mein Familienname ist Binder. Mein Familienname ist Heinemann. Wie alt sind Sie? Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin 35 Jahre alt. Woher kommen Sie? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Deutschland. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Wien. Ich wohne in Marburg. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrerin. Ich bin Informatiker. Welche Sprachen sprechen Sie? Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich spreche auch Spanisch und Englisch. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich lerne jetzt Japanisch. Ich bin